In diesem Video gibt es mal wieder ein neues Unboxing inklusive ersten Eindruck zum Yumi DG C-Note. Und dieses Gerät werde ich im Anschluss aber auch noch verlosen. Und wie ihr das gewinnen könnt und natürlich wie man erst Eindruck ist, deshalb habt ihr nach dem Intro also viel Spaß. Als erstes muss ich sagen, dass mir die Verpackung schon mal ziemlich gut gefällt. Die ist so schön bunt und man sieht hier auf der Vorderseite das Gerät mit ein paar Specs abgebildet. Zum Beispiel, dass es hier ein Full Metal Unibody Gehäuse ist, dass man 3 GB RAM hat und 32 GB internen Speicher. Und zum Beispiel auch, dass es sich hierbei um ein Gerät mit einem 5,5 Zoll großen 1080p Display handelt. Auf der Rückseite sieht man dann das Gerät noch von hinten und hier oben sind dann noch die ganzen weiteren Specs, die uns aber eigentlich gar nicht so krass interessieren, denn wir wollen das Gerät mal auspacken. Dafür schneide ich hier mal den Klebestreifen durch und dann kann man das hier so hoch sliden. Das ist mega geil gemacht. Und was dann aber auch richtig nice ist, dass man hier dann nicht das irgendwie so aufheben kann oder so, sondern man stellt das Gerät dann hin. Ich drehe es mal so, dass ihr das hier sehen könnt. Und dann kann ich das hier wegziehen. Und dann ist da schon das Gerät drin, welches wir jetzt auch erstmal rausnehmen, aber auch zur Seite packen. Denn wir gucken uns erstmal den Lieferumfang an. Er ist natürlich auch immer ein wenig interessant. Also hier drin haben wir dann, krass, wir haben eine Schutzfolie direkt mitgeliefert, inklusive Installationstüchern und so natürlich das SIM-Tool. Und dann natürlich hier das Netzteil und dieses sieht wie nichts Besonderes aus. Also 5 Volt und 1 Ampere. Also nichts krasses. Aber was mir richtig gut gefällt, ist hier das Aufladekabel. Denn es ist schwarz-rot und sieht einfach so vom Kontrast her mega geil aus. Nicht ganz so nice ist wiederum, dass es hier ein Micro-USB-Stecker ist, denn das Gerät hat nur einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen. USB-Typ C wäre hier viel cooler gewesen. Wäre auch nicht ein so großer Mehrkosten-Faktor gewesen. Aber jetzt mal zum Gerät. Und hier fällt mir gleich auf, wir haben hier eine Hülle direkt rum. Das heißt, man bekommt nicht nur eine Schutzfolie, sondern auch noch eine Schutzhülle. Also man ist komplett ausgestattet und muss sich nichts mehr kaufen. Sehr geil. Und dann kann man das Gerät in der Hand halten und erstmal hier die Folie abmachen. So, die kann dann auch zur Seite und dann halten wir das Gerät so in der Hand. Und es fühlt sich erstmal ziemlich gut an, weil es ist ja, wie schon eben vorgelesen, ein Unibody-Gehäuse. Das heißt, überall Metall, außer hier die Antennenstreifen. Doch, der Rahmen ist aus Metall. Die Knöpfe, glaube ich, auch. Aber ich fahre das Gerät natürlich auch mal hoch, damit wir uns einen ersten Eindruck vom Display machen können. Und so wie es aussieht, haben wir hier auch einen Fingerabdrucksensor eingebaut. Der funktionierte bei den anderen Yumi-Geräten, die ich bisher so getestet hatte, auch einigermaßen gut. Er war nicht ganz so schnell, aber zielsicher. Und ich denke mal, genauso wird es auch hier sein. Und wenn wir uns jetzt mal hier das Display angucken, sieht man zwar, dass die Displayrande nicht ganz so krass sind wie auf den ersten Blick, weil man hier noch so einen schwarzen, randumnes Display hat. Aber vom ersten Eindruck ist das Display gar nicht mal so schlecht. Also die Schärfe ist halt Full-HD-typisch ziemlich gut. Und auch die Blickwinkel sind einigermaßen gut. Natürlich verliert es ein bisschen an Helligkeit, aber von den Farben her macht es erstmal einen ziemlich schönen Eindruck. Genauso gut finde ich aber auch, dass man hier bei der Software Android 7.0 in einer ziemlich stock Android-mäßigen Experience hat. Also hier wurden keine hässlichen Skins oder so drüber geklatscht, wodurch das Gerät nicht nur von der Bedienung her meiner Meinung nach einfach viel mehr Spaß macht, sondern auch die Performance sollte dadurch nicht so beeinträchtigt werden. Und so vom ersten in die Hand nehmen und hier hin und her wischen, ist das Gerät auf jeden Fall ziemlich cool. Aber jetzt mal zum Gewinnspiel, denn wie bereits erwähnt, verlose ich dieses Gerät hier an euch. Und um teilzunehmen, müsst ihr zwei Dinge machen. Erstens, ihr müsst den Kanal nicht abonniert haben, da dieses Gewinnspiel für meine Abonnenten ist. Und zweitens müsst ihr unten in den Kommentaren irgendwas Kreatives schreiben, wieso ihr unbedingt dieses Gerät haben wollt, was euch gut gefällt und so. Und dann nehmt ihr automatisch teil und das Gewinnspiel geht bis zum 18. Mai 2017. Und den Gewinner werde ich dann mit einem random Generator auslosen. Das heißt, die Webseite sucht dann random einen Kommentar aus und dieser Kommentar gewinnt eben und bekommt dann von mir dieses Gerät hier zugeschickt. Und den Gewinner werde ich natürlich auch direkt benachrichtigen per Direktnachricht. Und wenn er nicht antworten sollte, werde ich auch nochmal in den Kommentaren schreiben, dass er mal seine Nachrichten checken soll. Also dann ab dem 18. Mai könnt ihr ja mal gucken, ob ihr irgendwie eine Nachricht von mir bekommen habt. Und dann müsst ihr mir die Adresse zuschicken, damit ich euch das Gerät dann zuschicken kann. Also euch allen viel Glück und falls ihr eure Gewinnchancen noch ein bisschen erhöhen möchtet, dann schaut mal bei meinem Kollegen Marvin vorbei, denn der verlost auch genau dieses Gerät und hat dazu auch ein Video gemacht, welches ihr natürlich unten in der Videobeschreibung findet. Also wenn ihr da auch noch irgendwie die Chance ein bisschen erhöhen wollt, dann checkt das Video unbedingt mal aus. Aber das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin. Ciao!